SOS Kinderdorf Und wie sehr das das Leben dieser Kinder bereichern kann, davon habe ich mir noch nie einen Begriff gemacht. Und da habe ich das einfach als Anlass genommen und mir das mal vom Chef zeigen lassen. Und wenn ihr Interesse habt, dann schaut es euch doch einfach mal an. Der Begriff des Mediums, so aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht, im Endeffekt geht es dabei ja um viel mehr als nur irgendwelche Videos im Internet zu posten. Medien brauchen wir ja in allen Formen, die da existieren, um Informationen zu übertragen. So, aber jetzt lassen wir uns vom Chef mal rumführen. Ja, die Idee von Hermann Gemeiner vielleicht noch mal vorweg ist, dass man bei SOS versucht, Kindern und Jugendlichen, die aus vielen Gründen nicht zu Hause leben können, ein Zuhause zu geben. Und die leben bei uns 90 Kinder und Jugendliche in Kinderdorffamilien. Das heißt, eine Mutter, die hier ihr Zuhause hat, die mit sechs Kindern zusammenlebt, von zwei Erziehern unterstützt wird oder in Wohngruppen. Dann leben dann bis zu acht Kinder und fünf Mitarbeiter, die sich im Schichtdienst alle 24 Stunden abwechseln. Und so geben wir 90 Kinder und Jugendlichen zu Hause. Wir haben auch noch eine Verselbstständigungswohnung mit vier Plätzen, wo ältere leben, ein bisschen außerhalb vom Dorf. Wir haben das Kinder- und Jugendzentrum, wir haben die Kita, wir haben unser Mütterzentrum, Mehrgenerationenhaus. Und das Kinderdorf in Zwickau macht sogar den Frauenschutz für die Stadt. Das heißt, wir haben geheimen Frauenschutzwohnungen und kümmern uns um Frauen in Not, die von ihren Männern geprügelt oder sonst was werden. Das ist das einzige Kinderdorf in Deutschland, das das macht. Unter welchen Umständen kommen dann die Kinder hierher? Also was ist da quasi Bedingung? Also Anfragen kommen über das Jugendamt. Und die Gründe, warum Kinder und Jugendliche nicht zu Hause leben können, sind vielfältig. Das kann sein, dass Eltern schwer erkrankt sind. Das können auch Suchterkrankungen sein, psychische Erkrankungen. Das kann sein, dass Eltern überfordert sind in der Erziehung. Es wird mit Kindern alles gemacht, was man mit Menschen Schlimmes tun kann. Also Missbrauch schlagen, prügeln, alles, das komplette Programm verhungern lassen. Wir haben hier Kinder in der Vergangenheit aufgenommen, die Dinge erlebt haben. Die sind drei Tage eingesperrt worden von der Mutter und haben dann erlebt, wie der zweijährige Bruder in der Zeit verhungert ist, bis die Mutter wiederkam und solche Kinder den Versuch, ein Zuhause zu geben. Jedes Kind hat ein Einzelzimmer bei uns. Das brauchen die auch. Denn die schreien zum Teil nachts, weil sie Albträume haben oder manche goten sich auch nachts ein. Das gibt es auch, gerade bei den Kleineren, weil die aus Angst und das ist so schambesetzt, da kann man keine Doppelzimmer machen. Ja, wenn man durchs Dorf geht, das machen wir ja gleich, sieht es eigentlich ganz schön aus. Man könnte sagen, boah, muss das so schön sein? Manche Leute sagen, boah, muss das so toll sein? Es gibt es ja, aber wenn ich gucke, was die Kinder erlebt haben, die zu uns kommen. Wir versuchen ja, deren kaputte Seele ein bisschen heil zu machen. Und wenn man im Kurort ist, der ist auch immer schön. Das hat einen Grund, weil in einer schönen Atmosphäre kann man eher genesen. Und das bisschen, was wir an Heilung beitragen können, das wollen wir tun. Und das tun wir dank der vielen Menschen, die uns unterstützen, eben auch in so einer schönen Atmosphäre. Wir haben auch in jedem Haus, ich habe das vorhin ja gesagt, wie viele Leute. Wir haben immer eine Stelle mehr, die über Spenden finanziert ist, weil wir mehr Menschen haben, die sich um die Kinder kümmern und mehr Zeit am Kind. Und das ist was Besonderes bei SOS. Und jetzt können wir ja mal rausgehen und uns das mal angucken. Wir sind ja hier am Rande des Erzgebirges und im Erzgebirge wird zu Weihnachten werden die Schwibbögen aufgestellt. Und im letzten Jahr konnten wir unseren Weihnachtsbaum im Dorf nicht mehr aufstellen, weil dadurch unser Brunnen kaputt gegangen ist, weil der daran befestigt war. Und dann haben wir überlegt, was können wir als Ersatz machen? Wir brauchen ja irgendwas für Weihnachten. Und dann kam auch die Idee, so einen Schwibbogen zu machen. Wir haben tatsächlich einen Spender gefunden und dann haben wir jetzt den einzigen SOS-Kinderdorf-Schwibbogen in ganz Deutschland. Und den haben wir dann hier mit einer feierlichen Zermonie mit Blaskapelle und Kinder singen Weihnachtslieder, erzgebirgische Weihnachtslieder nebenbei. Wir haben das dann eingeweiht und das war super. Dann wurde von zehn runtergezählt und dann wurde das Ding angeschaltet. Das machen wir jetzt jedes Jahr. So kann man schon so auch Kindern ein bisschen Kultur vermitteln. Wenn auch Liebe zu der Region ist, wenn man kommt, ohne dass es direkt in die falsche Richtung geht. Das ist unsere Kita. Da haben wir zwei Gruppen drin mit 44 Kindern. Ungefähr zehn Kinder kommen aus dem Kinderdorf. Die anderen Kinder kommen von außerhalb, aus dem Stadtteil. Wir wollen ja keine Blase sein, unter der Kinder jetzt für sich weggeschlossen sind, sondern wir sind Teil des Stadtteils. Unser Dorf ist offen. Die Spielplätze werden von Kindern und Familien aus dem Umfeld mit benutzt. Und das ist uns auch wichtig. Ja, hier wird gerodelt im Winter und wir machen im Herbst jetzt am 29. September den zweiten Zwickauer Lichterzauber. Da wird das komplette Kinderdorf, das Klima geschenkt, in Lichtilluminationsarrangements gehüllt. Der Wald wird zum Zauberwald. Es gibt überall verschiedene Lichtinstallationen. Auf unserem Teich, den wir haben, wird ein Piratenschiff unterwegs sein. Und hier wird es dann am Schluss, gibt es dann wieder Schwarzlicht-Fahnenschwenker, die im Dunkeln dann mit Fahnen durch die Gegend schmeißen. Dann gibt es ein großes Höhenfeuerwerk. Das soll dieses Jahr von zwei Brandplätzen abgehen. Und da können die Leute dann auch hinkommen. Karten gibt es so, denke ich, ab Ende Mai. Kosten nichts, weil wir es ja auch geschenkt kriegen. Und wir hatten letztes Jahr, das ist zum ersten Mal, nee, vor zwei Jahren zum ersten Mal gemacht. Und wir hatten ungefähr 1.800 Besucher im Dorf. Und dieses Jahr wollen wir auf 2.500 kommen. Das schaffen wir auch locker. Unser kleines Birkenwäldchen da hinten haben wir gerade durch eine Spendenaktion wieder aufgeforstet. Da sind die neuen kleinen Bäume, weil die Birken über die Jahre dann doch kaputt gegangen sind. Wir wollen den Kindern aber auch, da wo der Bauwagen steht, auch eine Chance geben, so ein bisschen Wald zu erleben. Deswegen, der Kollege hat immer an den Bauwagen gebastelt. Früher hat er hier mit uns unterwegs, ist der Bert. Und wir wollen das wieder aufleben lassen. Also das sind vier Hektar Land, die wir hier haben. Und darauf stehen zehn Familienhäuser, ein Gemeindehaus, zwei Mitarbeiterhäuser und ein Apartmenthaus, wo auch Wohngruppen drin sind. Also ausreichend Platz für alle. So, jetzt sind wir in unserem Bauwagen. Das war früher mal ein alter Zirkuswagen. Den haben wir vielleicht vor 20 Jahren mal für die Kinder angeschafft. Und der ist dann mit der Zeit vergammelt und verrottet. Und dann hat man eigentlich gedacht, Mensch, der ist so gefährlich, da hacken wir den mal weg. Aber wir haben hier bei uns ein Dorfrat, also im Kinderdorf. Das heißt, das sind aus jedem Haus Kinder und Jugendliche, die sich da treffen einmal im Monat. Und die haben dann ein Veto eingelegt. Die haben gesagt, nee, wir wollen unseren Wagen haben. Und das ist unser Rückzugsort, unsere Chill-out-Area. Und da haben sie dann angefangen, hier zu bauen. Wir haben dann über einen Spender Lerchenholz beschafft und Bretter. Und dann haben die hier losgelegt. Und da haben sich kleine Bänke reingebaut und Jugendbänke und sowas. Auch wenn es ein bisschen wüst aussieht hier mit dem Holz, das ist ein total beliebter Ort. Also hier ziehen die sich zurück. Und das Schönste ist, wenn man genau hinschaut, die geöffnete Seite des Wagens, die zeigt weg vom Kinderdorf. Also man will nicht jeden Tag in Pädagogen sehen. Also es muss auch mal einen anderen Blick geben. Ja, hier ist ja noch unser Außengelände, unsere Spielfläche und unser Sportplatz. Insgesamt haben wir viereinhalb Hektar, das Gesamtgelände. Das muss natürlich auch gepflegt werden. Der Rasen will gemäht werden. Da haben wir dann die Dorfmeisterei für da. Also was sonst der Hausmeister ist, ist im Kinderdorf der Dorfmeister. Deswegen heißt das auch so. Und hier vorne rechts kommen wir dann gleich an unseren Teich. Das war früher mal eigentlich ein Regenrückhaltebecken. Und als ich kam, das ist in den letzten 15 Jahren zugeschilft. Und dann hat man einfach einen Zaun drum gemacht. Und als ich kam, dachte ich, das kann ja nicht sein, dass wir so einen großen Teil des Grundstücks für nichts nutzen. Und dann haben wir überlegt, was können wir machen. Wir sind auf die Idee gekommen, wir können eine Forscherstation machen, weil hier leben Tiere. Ich hatte bei mir selbst, ich wohne ja auch im Dorf, im Keller auf dem Wäschetrockner, hatte ich schon eine Ringelnatter sitzen. Nee, war es eine Ringelnatter? Ja, doch. Und nee, was hatte ich denn da sitzen? Wer hat, was für eine Schlange hatte ich? Nicht eine Blindschl... Nee, eben nicht, sondern die Ringelnatter, da war es doch eine Ringelnatter, genau. Und die habe ich dann hier wieder ausgesetzt. Wir haben hier Nutria, das sind so komische Ratten, Biber, irgendwas, Mischmasch, Wasserratten, Fische und woher immer auch Goldfische, wo immer her die kommen. Die hat ja nie einer da offiziell ausgesetzt. Alles vielgestützte Pädagogik. Genau. Und dann haben wir eben überlegt, wir machen eine Forscherstation auf, haben dann Spenden gesammelt und Menschen haben uns unterstützt. Und die gucken wir uns jetzt gleich auch mal ein bisschen von innen an. Immer wenn die Fahne hochgezogen ist, dann wird ein Angebot gemacht. Jetzt ist der Fadenmaß gerade leer, so wie bei der Queen, wenn die da ist. Und jetzt gehen wir mal rum, gucken wir uns das mal von innen an. Und die Frösche sind schon wieder da. Jetzt sind wir hier auf dem Balkon. Diese Terrasse ist dafür gemacht, dass Kinder praktisch, wir haben da einen Tisch drin, den wird dann rausgerollt. Und dann können die hier draußen verschiedene Experimente machen, forschen, Tiere fotografieren, dokumentieren. Wir können da nochmal reingucken. Der Raum ist nicht dafür da, dass man hier drin arbeitet, sondern diesen tollen Tisch, der hat Rollen, den kann man rausziehen. Dann kann man draußen arbeiten. Und wir haben hier verschiedene Ausstattungen, Mikroskope, verschiedene andere Dinge, kleine Windanlagen, Becken. Wir haben Mikroskope da, um Tiere im Wasser zu besuchen, anzuschauen. Wir haben hier Schwimmbrillen, damit man mal mit dem Kopf unter Wasser gucken kann, wie es da aussieht. Wir haben dann, wenn man hier aufmacht, auch noch, kann man auch mal reingucken. Das haben wir hier im Schrank. Naja, unten ist unser Akku, weil wir auch eine Solarzelle haben und Kinder hier oben dann. Hier ist eine Ladestation. Da können Sie zum Beispiel Ihr Handy oder das Tablet aufladen, damit Sie sehen, man kann mit Sonnenenergie machen. Das ist die Fahne, die hat die Kita gemalt. Die Kita-Kinder, immer wenn die oben ist, dann ist hier ein Projekt. Hier ist noch ein bisschen Chemie-Baukasten-Spielzeug, also wo Kinder dann praktisch Sachen aufschreiben können. Das ist schon klasse. Wir haben dann zum Beispiel auch über Facebook. Facebook hat echt, wir haben eine Facebook-Seite vom Kinderdorf. Wir hängen seit ungefähr einem Jahr bei 895 Followern. Wir hätten ja gerne mal 1000, aber wir kommen nicht mal an 900 ran. Ich weiß nicht warum. Nur mal als Tipp. Kinderdorf Zwickau eingeben. Und da haben wir dann einen Aufruf gemacht, wer hat von euch alte Digitalkameras hier nicht mehr braucht. Weil wir wollten Kinder eine Kamera geben, damit die Tiere dokumentieren können. Wir haben ja von einer Woche 20 gebrauchte Digitalkameras bekommen, von denen die allermeisten wirklich super waren und die wir benutzen konnten. Also es hat auch seinen Vorteil, die neuen Medien zu nutzen. Von daher ist das schon ganz gut. Ja, hier kleine Forscherkittel mit Mundschutz, damit wenn die denn hier arbeiten, nichts schief geht. Kleine Operationen auf diesen Tischen. Und wir wollen jetzt wirklich dieses Arenal hier auch noch so ein bisschen zum Umweltschwerpunkt machen. Also wir wollen hier Insektenhotels aufhängen. Wir wollen Vogelniskästen aufhängen, sodass die Tiere sich hier wirklich wohlfühlen können. Und Kinder erleben, dass es was bringt, Natur zu schützen. Zum einen. Und zum anderen, wenn man hier hinkommt, man kommt hin, man sieht meistens einen Frosch wegspringen. Das ist das Erste, was man hier wahrnimmt. Und wenn man den Kindern dann sagt, wartet mal fünf Minuten und guckt dann nochmal, dann sieht man auf einmal zehn neue Frösche oder man sieht Libellen. Und dass Kinder merken, es lohnt sich, sich mal auf was zu fokussieren, weil das fällt ihnen enorm schwer heute. Und wenn Lehrer immer nur sagen, ihr müsst euch jetzt mal konzentrieren. Aber wenn die hier einen Gewinn davon haben, also wenn die merken, hey, es lohnt sich, weil dann sehe ich Dinge, die ich vorher nicht gesehen habe. Das hat einen anderen Effekt, als wenn Erwachsene klug schwätzen und sagen, ihr müsst euch jetzt mal konzentrieren. Und ja, das ist ein tolles Projekt hier, was wir auch dank vielen Menschen möglich machen konnten, die uns unterstützt haben. Wir haben Mikroskope, wie gesagt, wir alles mögliche. Wir sind ganz heiß drauf, dass jetzt wieder schönes Wetter kommt, dass wir es nutzen können. Und deswegen haben wir auch das Boot, nicht damit wir hier Bootstouren machen können, sondern damit die Wasserproben nehmen können und so weiter. Aber es ist auch so, manchmal sitzt man noch fünf Minuten draußen im Boot und guckt ins Wasser und ist beeindruckt, was es hier alles an Viechern gibt. Das ist schon schön. Das hier ist auch nochmal so ein gelungenes Beispiel für Partizipation. Wir haben ja den Dorfrat, hat Bert ja schon erwähnt, wo aus allen Häusern den Vertreter sitzen. Und es ging darum, wie gestalten wir den Dorfplatz neu. Und wir haben die Kinder gefragt, was wollt ihr denn gerne? Da haben die gesagt, eine Rutsche, eine Schaukel, irgendwas zum Klettern. Und dann haben wir Firmen gebeten, Entwürfe zu machen, haben die praktisch dann vortanzen lassen im Dorfrat vor den Kindern. Und die Kinder durften dann mit abstimmen, was hinterher hier gebaut wird. Und dann ist dann am Ende dieses Konstrukt rausgekommen, was richtig toll ist, weil es krumm und schief ist. Vor allen Dingen haben die am Schluss noch einen Adlerkopf hier oben reingeschnitzt, den man kaum sieht, diesen Rubinien-Stamm. Und die Kinder haben echt viel Spaß hier auf diesen Dingern rumzuklettern. Der TÜV war erstmal nicht so begeistert, das hat ein bisschen gedauert, bis alles TÜV-konform war. Aber inzwischen ist das richtig toll. Genauso wie wir hier die Feuerstelle gemacht haben. Wir haben das Drehkarussell, das war auch mal eine Spende und ein Trampolin hier im Boden. Das haben die Kinder sich dann ausgesucht, weil die leben hier, die sollen sich das aussuchen. Und ein bisschen mein Stolz auch hier dieser Ofen. Den haben wir nämlich auch gespendet gekriegt. Den Brot backen? Ja. Und den muss man halt so vier, fünf Stunden vorher anheizen mit schönem Buchenholz. Und dann kann man dann auch vier, fünf Stunden backen. Und wir haben jetzt zuletzt auch unser Weihnachtsfest. Unsere Weihnachtsfeier haben wir hier draußen gemacht. Und ich hoffe, es liegt kein Müll drin. Ja, hier sieht gut aus. Und das heißt, wir haben dann hier Feuer gemacht. Wir haben hier draußen gesessen. Es war ein bisschen Schnee, es war kalt. Es gab dann heiße Getränke für die Kinder. Und dann haben wir hier halt Rosinenbrötchen gebacken und so. Das war total klasse. Und das Kinder allein, man merkt, man kann auch ohne Strom backen. Das finde ich schon toll. Und ja, da wird Stockbrot auch noch gemacht. Natürlich am Lagerfeuer, was man so macht. Und dann ist der Kollege als Weihnachtsmann gekommen. Den Bart hat er ja schon. Und dann gibt es die Geschenke. Also das passt schon ganz schön. Und ja, so ist das hier so der zentrale Platz im Dorf geworden, wo einfach ganz viel gemacht wird. Und wo viel möglich ist, auch im Sommer. Gerade jetzt wird das Wetter endlich wieder schöner. Aber wir haben auch Indoor noch ein paar Sachen. Die können wir uns auch noch mal angucken. Ja, hier ist so unser Bewegungsraum, wenn das Wetter draußen schlecht ist und wir eine Alternative brauchen oder auch für Ergotherapie und Ähnliches. Hier machen Kinder Vertrauensspiele. Was weiß einer, macht die Augen zu, der andere wird blind über Geräte geführt oder so. Und bei schlechtem Wetter spielen die ganz Kleinen hier auch ein bisschen Fußball. Und wir hatten das Glück, letztes Jahr hatten wir prominenten Besuch. Da war Ulf Kirsten hier, ehemaliger Nationalspieler. Und der hat dann mit den Kindern hier unten auch ein bisschen gespielt und ein bisschen Training gemacht. Das war dann schon ganz cool. Und nebenan ist jetzt noch der Kreativbereich. Da wird gezaubert. Da haben wir eine Kollegin, die ganz viel mit den Kindern im Kreativbereich zaubert. Da können wir mal rübergehen. Und das hier ist so ein bisschen von dem, was die Kinder bei uns hier alles machen. Und da haben sie Riesenspaß dran. Es ist ja ein paar coole Sachen dabei. Also das ist ja schon auf dem Niveau. Ja, das ist schon klasse. Oder hier drüben, also auch kreative Ideen, Knöpfe. Dann Weihnachten steht quasi wieder vor der Tür. Deswegen geht es jetzt schon Weihnachtsdeko. Und wir machen das so, dass wir das halt bei Feiern, Festen dann auch gegen Spende anbieten, wenn Leute das haben wollen. Was mir wichtig war, dass die Kinder hier nur Dinge machen, wozu sie Spaß haben. Das heißt, ich bin kein Freund davon, dass man in irgendwelchen Einrichtungen Sachen produziert, gezielt, um damit Geld zu verdienen. Sondern das hier ist so, das ist das Ergebnis von dem, wo Kinder Spaß dran haben. Und wenn Spender da Spaß dran haben, uns dann unterstützen, das ist schön. Und vieles nehmen die Kinder auch selber mit, für sich selber. Und da kommen halt auch lustige Sachen bei raus. Was klasse ist, wir hatten zum Beispiel mal einen Schilder gemacht, da stand drauf, bin im Garten. Und irgendwann kam da mal eine Kollegin und sagt, oh, können wir nicht mal ein anderes? Ja, dann so. Hier wird es dann kreativ, hier werden die Sachen alle gemacht. Und das Tolle ist, die Kollegin, die hier zum Beispiel arbeitet, ist die Frau vom Dorfmeister. Die leben mit im Dorf. Und die ist nicht mal gelernte Pädagogin, sondern die ist einfach Naturtalent und super kreativ und macht echt coole Sachen. Und die Kinder sind jeden zwei, drei Tage in der Woche hier nachmittags und machen hier echt schönes Zeug. Das haben wir praktisch Jugendliche aus dem Dorf und aus dem Stadtteil zusammen komplett neu gestaltet. Und, ja, das ist ein richtiger Jugendclub. Achso, genau. Ja, das ist wie so ein Jugendclub. Die haben ja mit so einem Graffiti-Künstler gearbeitet. Da haben sie halt diese Graffitis an der Wand gemacht. Die haben hier diesen alten Trabant zerlegt. Das eine Stück hängt an der Wand. Das andere Stück schickt hier. Den haben sie auch noch besprayt mit Kinderdorf und so. So, SOS an der Seite. Soll ich dich mal... Im Trabi unterwegs. Ist da auch schön. Ja, auch die Bar ist toll geworden. Und hinten da dann die Disco, die Musiktheke im Prinzip. Und, ja, oder auch die Garderobensachen. Das sind eben alte Billardkugeln. Wir haben sehr kreative Kollegen da. Die schmeißen nichts weg. Die machen halt aus alten Sachen immer irgendwas. Und haben halt aus alten Billardkugeln eine Garderobe gebaut. Das ist total genial. Und dass wir hier natürlich ein Trabi drinstehen haben, das ist ja nicht Zufall, sondern in Zwickau wurde natürlich der Trabant gebaut. Und wir haben tatsächlich damals, so weit vor meiner Zeit, als der letzte und vorletzte Trabant gebaut wurde, den vorletzten Trabant, der je gebaut wurde, den haben wir als Kinderdorf geschenkt gekriegt. Den hat der damalige Ministerpräsident eigentlich geschenkt gekriegt. Der hat uns weiter geschenkt. Und der war hier ein paar Jahre als Dienstfahrzeug tätig. Und der Kollege Bert mit dem Bad, der hat den privat dann irgendwann abgekauft, weil wir durften nicht mehr als Dienstwagen benutzen, weil er nicht mehr sicher war. Und da ist vorne eine Plakette drin und da steht wirklich drauf, der dreimillionste, drei Millionen vierhundert irgendwas tausendste Trabi. Und naja, das hier ist ein anderer Vertreter, den wir jetzt der Sicht haben. Aber deswegen der Trabi hier. So, mal gucken. Oh, die Martina ist zu Hause, die ist Kinderdorfmutter bei uns im Dorf. Und würdest du uns mal ein bisschen das Haus zeigen? Aber sehr gerne. Dann gebe ich dir mal das Mikro. Ja? Bitte ruhig. Ich zeige euch unser Haus und stelle auch gleich mal die Dilek vor. Das ist unser ältestes Mädchen, wird jetzt bald 13 Jahre. Und möchtest du mal dein Zimmer zeigen? Ja, würde ich gerne. Ja? Bitteschön. Also ich finde es eigentlich ganz schön hier. Und mit den Kindern verstehe ich mich zwar nicht so gut, aber sonst fühle ich mich hier wohl. Versteht sie nicht so gut? Ja. Woran liegt das? Die sind alle kleiner als ich und ich streite mich oft oder die ärgern mich auch mal manchmal. Aber sonst finde ich es eigentlich schön hier. Dann musst du dich doch als Ältester auf den Tisch hauen und dich durchsetzen. Dann zeig doch mal, was du hier hast. Das ist hier mein Bett. Schlafe ich ja immer, ist ja klar. Ich habe auch viele Kuscheltiere da. Das ist mein Schreibtisch hier. Mache ich Hausaufgaben und so. Ja, und... TKKG ist auch noch eine Sache bei dir, ja? Ja, das höre ich gerne an. Richtig den Balkon. Das ist ja toll. Das ist mein Balkon. Hier hat man auch eine gute Aussicht. Können Sie auch mal rausgehen. Oh, bitte. Nach dir. Hier ist zwar nicht so eine gute Aussicht, aber sonst ist es schön. Ja, aber wer hat... ganz viel. Das ist mein Kleiderschrank. Brauchst du jetzt nicht aufmachen. Ja. Reicht schon so. Reicht schon. Hier ist auch noch mein kleines Regal. Schön. Was ist denn dein Lieblingsort im Dorf? Eigentlich bin ich gerne im Zimmer, aber sonst gehe ich draußen mit meiner Schwester spazieren oder so. Was hältst du von der Forschungsstation? Da war ich noch nie. Noch gar nicht. Da musst du unbedingt hingehen. Die ist echt toll. Ja. Unsere Küche. Und da werden gerade Hausaufgaben gemacht. Und zwar unser kleiner Jastin, unser jüngster, Jastin. Jastin, was machst du denn da gerade? Machst du Hausaufgaben? Hausaufgaben, ja? Und unsere Erzieherin Frau Tril. Hallo. Alles gut? Schön. Alles gut. Wir sind gerade beim Schreiben und bei den Geheimbuchstabeln. Jastin, wie müssen wir es machen? Machst du, das mache ich mir. Sch. Da haben wir nämlich unseren Spaß. Dann lassen wir euch auch ein bisschen in Ruhe und gehen mal weiter. Silvio, komm, wir stören hier gar nicht. Wir zeigen mal unser Wohnzimmer. Okay, Silvio? Ja. Okay? Das ist unser großes, sage ich mal, hier leben wir. Silvio, erzähl mal, was machen wir hier alles im Wohnzimmer? Wir tun Essen, wir tun hier Spielen, Fernsehen gucken und ganz viel. Was ist denn hier noch? Was machen wir denn hier noch? Und da tun wir Computerspielen manchmal, wenn es geklappt hat. Und spielst du gerne Computerspielen? Ja. Was spielst du denn gerade? Wo bist du denn gerade dran? Minecraft. Ach, das ist ja. Eigene Welt. Und dann guck mal, was haben wir hier. Zeig doch mal, was war der Ritterburg. Eine Ritterburg. Und da ist so ein, was schießen kann. Und dann haben wir keinen König, aber wir haben die Königin. Das ist auch die Wichtigste, ne? Ja. Die gibt ja auch den Ton an. Und wir haben ein Pferd da. Eine Pirateninsel hier, ne? Ja. Cool. Und wir haben auch hier ein Gefängnis. Wer kommt da rein? Da kommen die Bösen rein. Wir haben nämlich die Ritterburg erst geschenkt bekommen durch Sponsoren. Und wir sind dabei, die aufzubauen. Und das macht den Kindern unheimlich viel Spaß. Also ist jedes Mal bei schlechtem Wetter oder abends noch kurz, ne? Da sitzt ihr ganz alle, alle zusammen sitzen hier und bauen und spielen. Wie das so in einer Kinderdorffamilie ist, haben wir, führen wir die Kinder auch ein kleines bisschen zur Selbstständigkeit, ne? Und dass sie auch was lernen und auch wissen, was es bedeutet, mal einen Tisch zu decken. Und das macht ihnen auch richtig Spaß. Und da haben wir Dienste entwickelt. Und zwar Wochendienste. Also das heißt tägliche Dienste. Da ist mal Tischdecken jemand eine ganze Woche mit Tischdecken dran, abräumen, Geschirrspüler ausräumen. Also alles Arbeiten, die auch richtig Spaß machen. Und dann kommen aber die, die nicht so gut, die nicht so gerne gemacht werden. Das ist dann samstags, wo man aber die Kinder auch mal heranführt, ne? Was bedeutet mal ein Waschbecken zu putzen, einen Spiegel zu putzen? Wenn man die Zähne ständig so putzt, ne? Und der Spiegel ständig. Jetzt kommen wir aber von den Diensten mal weg und gehen in den schönen Bereich, in unseren Garten, eigenen Garten. Das ist meine zweite Familienerzieherin, die Janine. Und den Silvia habt ihr schon kennengelernt. Und dann noch die Sophie. Und sie haben sichtlich Spaß hier draußen. Die Sonne lacht. Und wir werden jetzt auch gleich festbauen hier draußen. Das ist auch unser Rodelhang. Dort hinten haben wir dann das Birkenwäldchen, den Bauwagen, Sportplatz. Also das ist der absolute Wahnsinn. Ein Traum hier. Genau. Fein. Dann danke, dass du uns mitgenommen hast. Gerne. Und mal gezeigt hast, wo du lebst mit den Kindern. Sehr gerne. Ja, was glaube ich ganz wichtig ist, um so ein Kinderdorf auch zum Leben zu erwecken, ist, dass du hier Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hast. Die Hermann Gemeinder, der Gründer, hat von SRS mal gesagt, wenn jeder etwas mehr tut, als er muss, dann kann etwas Gutes und Schönes entstehen. Und ich glaube, so in diesem Sinne arbeiten hier die Kolleginnen und Kollegen und machen einen tollen Job mit viel Enthusiasmus, mit viel Begeisterung. Und dann unterstützt von vielen Menschen da draußen, die uns einfach helfen bei dem, was wir tun. Und das zusammen, das ist das Geheimrezept vielleicht, was wir haben, wo wir Kindern und Jugendlichen, die vielleicht nicht so eine tolle Perspektive hatten, dann eine schöne Perspektive geben können. Und Herr Magweiner hat mal gesagt, ihr kennt nichts Besseres, als Kindern etwas Gutes zu tun. Und dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Von daher bin ich ganz dankbar, hier arbeiten zu können. So, meine lieben Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und für alle, die mich kennen, die wissen eigentlich, dass das kein bezahltes Product Placement war oder so, sondern dass ich mich dafür interessiert habe und einfach die Chance wahrgenommen habe, mir das mal genauer anzugucken und euch das hier zu zeigen. Einfach auch, damit der ein oder andere sieht, dass man hier tatsächlich eine Möglichkeit hat, dass Kinder, die aus schlimmen Verhältnissen kommen, die furchtbare Sachen gesehen haben, auch wirklich helfen kann, danach eine schöne Kindheit zu erleben und vielleicht für den Rest ihres Lebens gestärkt, aus dieser Situation herauszugehen. Ich finde es wunderschön, mit welcher Liebe dort mit den Kindern gelebt und gearbeitet wird und wie überzeugt alle dort auch von dem sind, was sie tun. Und das ist eine ganz großartige Sache. Und für alle, die da jetzt irgendwie Kontakt aufnehmen wollen oder spenden wollen, ich verlinke einfach mal die Homepage und die Facebook-Page des SOS-Kinderdorfs in Zwickau unter diesem Video. Könnt ihr euch da gerne mal hinwenden. Ja, denkt dran, die wollten 1000 Likes auf der Facebook-Seite. Das sollten wir hinkriegen, oder? Und ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dennne.